Dieser Korb ist sehr praktisch, passt aber meiner Meinung nach nicht zum Lil Buddy. Deshalb, der Frontgepäckträger von RuffCycle passt da schon wesentlich besser zum Lil Buddy. Leider ist er unpraktisch, da man alles, was man transportieren möchte, anbinden muss. Damit der Frontgepäckträger praktischer wird, habe ich ihn etwas ergänzt. Nun kann man sogar problemlos Brötchen holen fahren.